Hallo Ladies and Gentlemen, erlauben Sie, dass wir uns vorstellen. Wir sind die Florida Services and Information LLC. Unter anderem bieten wir für Traveller und Businessreisende ein Internetportal mit Informationen über Florida. In unserem Portal finden Sie zum Beispiel die nächste Sheriff-Adresse oder Krankenhausadresse. Auch Tabellen zur Umrechnung von Kleidergrößen von Europa auf USA bieten wir an. Selbst die nächste Seelsorger-Adresse können Sie bei uns finden. Selbstverständlich vergessen wir die Information über Land und Leute nicht. Unser Portal hat mehr als 4,8 Millionen Besucher, Bullish, aus über 120 verschiedenen Ländern. In vielen Fällen sind wir in Google oder anderen Suchmaschinen auf Platz 1. Wir verzichten auf einen Außendienst und setzen daher in unserem Affiliate-System hohe Prämien aus. Unser Affiliate-System macht Ihnen das Geldverdienen leicht. Setzen Sie unseren Banner in Ihrer Homepage oder in Ihren E-Mails und verdienen Sie so an unserer Werbung mit. Können Sie beeinflussen, wie viel Sie verdienen? Ja, durch bessere Platzierung unserer Banner, zum Beispiel auf Seite 1 Ihrer Home-Suite. Oder durch Mehrfach-Banner erhöhen Sie Ihre Verdienstchancen erheblich. Eine gute Ergänzung ist die Platzierung unserer Banner in Ihrer E-Mail. Hier können Sie leicht neue Affiliate-Nehmer finden, an denen Sie mit 5% beteiligt sind. Wie viel können Sie bei uns verdienen? Die Verdiensthöhe bestimmen nicht wir, sondern Sie und ist nach oben nicht begrenzt. Durch Setzen unseres Banners kommen Aufträge zustande, an denen Sie mitverdienen, und zwar 20% von jedem Auftrag, der über unseren Banner und dessen Promocode zustande kommt. Ausschlaggebend ist der Promocode, der dem Kunden auch noch einen Einkaufsvorteil von 25% verschafft. Hier eine Beispielrichtung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit unserem Banner auf Ihrer Internetseite per Woche einen Auftrag generieren. Mindestens einen Auftrag. Wir gehen weiter davon aus, dass dieser eine Größe von 750 x 1.500 Pixels hat. Das würde für Sie als Provision im Monat 2.160 Dollar bedeuten. Oder in sechs Monaten 12.960 Dollar. Im zweiten Halbjahr gehen wir davon aus, dass die Auftragslage die gleiche ist. Sie generieren erneut 12.960 Dollar. Hinzu kommen aber jetzt aus dem ersten Halbjahr die Auftragsverlängerung, die ebenso 12.960 Dollar bedeuten. Das heißt, im ersten Jahr haben Sie eingenommen 38.880 Dollar. Im zweiten Jahr sieht die Rechnung schon erheblich besser aus. Auch hier gehen wir davon aus, dass die Auftragslage immer noch die gleiche ist. Ein Auftrag per Woche Größe 750 x 1.500 Pixels. Was für Sie nach sechs Monaten 12.960 Dollar bedeutet. Aber jetzt kommt die Auftragsverlängerung aus dem ersten und zweiten Halbjahr des ersten Jahres. Das heißt also, Sie bekommen weitere 25.920 Dollar. Und im zweiten Halbjahr ist die Auftragslage in unserem Beispiel immer noch die gleiche. 12.960 Dollar plus der Auftragsverlängerung mit 38.880. Am Jahresende haben Sie 90.720 Dollar eingenommen. Und wenn Sie das erste und das zweite Jahr zusammenrechnen, dann haben Sie insgesamt 129.600 Dollar eingenommen. Zu dieser Rechnung kommen noch 5% hinzu, die Sie für die Werbung neuer Affiliate-Nehmer bekommen. Das heißt, gehen wir davon aus, Sie werben für uns einen neuen Affiliate-Nehmer und auch dieser macht per Woche einen Auftrag von 750 x 1.500 Pixels mit unserem Banner auf seiner Webseite. So erhalten Sie am Monatsende 540 Dollar Prämie. Das bedeutet, wenn Sie das auf 24 Monate oder zwei Jahre hochrechnen, 12.960 Dollar. Wenn Sie nun jeden Monat einen neuen Affiliate-Nehmer für uns finden, ergibt das eine Summe von 24, also 24 x 12.960 ergibt 310.000 Dollar. Zu diesen 310.000 Dollar kommt die Summe, die Sie mit unserem Banner auf Ihrer Seite verdient haben, also 129.600 Dollar. Eine Gesamtsumme von 439.600 Dollar ist das Gesamtergebnis dessen, was Sie mit unserem Affiliate-System in zwei Jahren verdienen können. Dieses ist selbstverständlich nur eine Beispielrechnung. Sie möchten mit uns zusammenarbeiten. Was müssen Sie tun? Sie geben bitte in Ihrem Browser unsere Internetadresse ein. www.florida-informations.com Und Sie kommen bei uns auf unserer ersten Seite heraus. Dort drücken Sie bitte auf Affiliate. Wir haben dieses hier für Sie mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet. Und Sie kommen auf der entsprechenden Seite mit unserer Affiliate-Information heraus. Bitte lesen Sie sich diese Information nochmal durch. Und falls Sie damit einverstanden sind, teilen Sie uns bitte Ihre Adresse mit. Auch die Adresse der Seite, auf die Sie unseren Banner setzen wollen. Oder falls es zwei oder drei Adressen sind, auch diese. Und selbstverständlich haben Sie hier auch noch ein Feld für eine Information an uns. Wenn Sie dieses alles getan haben und abgesendet haben, werden wir uns bei Ihnen melden und Ihnen eine Anzahl von Banner zur Verfügung stellen, die auf Sie kodiert sind. Das heißt, Sie bekommen einen Promocode. Dieser Promocode kann vom Kunden benutzt werden und führt zu einem Preisnachlass von 25% für den Kunden. Und für Sie natürlich bedeutet es die Provision. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie uns zugehört haben. Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns. Wir rufen Sie gerne an.